Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shovel Knight mit dem Tinker Knight im Uhrenturm. Fang zu graben an. Moment was, ich kann hier links rein, aber da ist doch zu. Drei nicht hoch. Hui, das ist lustig. Das ist cool. Geht's da oben weiter? Nein. Ich nehme an, die fallen dann da runter. Die Edelsteine. Immerhin werden sie dann von der Wand geblockt, so wie ich. Ob man sich irgendwie zerstört oder so. Aber diese Laufbänder sind... Ja, das ist doch eigentlich ganz nett. Kann man sich antun? Was? Kommst du wieder? Was soll das? Da oben ist nichts. Was ist denn hier oben, was? Ne, ne? Ne. Weil, äh, bei dem Uhrenturm war ja... Ah, was? Jetzt plötzlich... Jetzt plötzlich kommst du runter, ne? Davor hältst du an, an der Grenze, an der Kante. Und jetzt plötzlich, wo du mich siehst, läufst du runter. Okay. Was haben wir hier drüben? Das sieht doch aus, dass könnte ich da irgendwie hin gehen. Ups. Keine Ahnung. Ne, ich mach das anders. Warte mal. Hier kommt, glaub ich, dieser Anker wieder, ganz richtig. Genau. Und tschüss. So. Jetzt will ich gerne fliegen können. Nur für alle Fälle. Nein. Nein. So viel dazu. Nein. So war das jetzt. Ah, ha. Hier ein Gegner. Ich kann diese Teile auf jeden Fall schaufeln. Ah, ich kann sie jonglieren. Okay. Ach so, nee. Nicht jonglieren, sondern über mich... Boah, machen die viel Schaden, Alter. Ach so. 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 Ich kann mich doch aufladen. Puh. Das da unten. Wie mach ich das? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist auf jeden Fall gemein. Aber Moment. Ich habe doch diese Münze. Kann ich die nicht benutzen? Ne. Die funktionieren dann irgendwie doch anders, als ich dachte. Was passiert, wenn ich hier genau in der Mitte stehe? Warte mal. Das muss doch irgendwie gehen, dass ich hier genau in der Mitte... Okay. Tut's nicht. Naja, es ist ja nicht so schnell, dieses Laufband. Ich dachte immer, es wäre so. Aber... Okay, davon kann ich immer in Abfüllung bringen. Das ist immer ganz nett. Dafür kann ich die nicht aufhalten. Auch wieder gut. Gut zu wissen. Wo kam die bitte her? Da ist keine Quelle dafür. Ah, was soll's. Hier haben wir einen... Ich werde zu angeln. Dieses Glitzern da. Heldentat vollbracht. Meister Angler. Ein Abfisch. Warte, hüte deine Gabelritter. Ich habe Geschenke vom Abfischkönig dabei. Ach, aber... Du kannst nicht noch mehr tragen. Komm wieder zu mir, wenn du ein Kelch übrig hast. So. Tritt sich doch gut. Ich habe ja eh gerade wenig Leben. Also, gib mal her. So, warte. Ist mich nicht dritter. Der Abfischkönig hat mich geheißen, seine Beute mit dir zu teilen. Ein Hoch auf den Abfischkönig. Der König von Frucht und Fisch. Möge seinen Stängel lang wachsen. Ein Sekret des Reichtums. Ab so eine 60 Sekunden lang fällt es in der Nähe auch durch Wände. Gut, das würde ich dann tatsächlich sogar mal ausprobieren. Wie komme ich da hoch? So komme ich da hoch. Das ist ja gemein, ne? Wenn man da nicht fliegen kann, kommt man da nicht wieder rüber. Ähm. Hier hätte ich gerne das da. Für alle Fälle. Naja. Egal. Passiert. Yay, Geld. Nein, nicht weg, nicht weg ohne mich. So, sehr gut. Hui. Heute bin ich irgendwie fühlt besser als letztes Mal. Letztes Mal habe ich ja ziemlich versagt jedes Mal. Ach so, ich kann natürlich den hier machen. Dann verschwinden die immerhin erst mal. Die Frage ist nur, wie komme ich da hoch? Warte mal. Ich komme doch so gar nicht hoch, oder? Nee, ich komme da gar nicht hoch. Dann muss ich hier runter. Ey! Was mache ich denn hier alles? Da muss ich mal kurz innehalten. Wobei, Blödsinn, ne? Da kann ich ja einfach hin, da passiert ja nichts. Das ist ja halb so wild. Oh ja, gut. So schwer war das dann doch nicht. Ey! Du bist ja gemein. Alter! Alter! Was tust du da? Was zur Hölle? Ich kann den nicht mal angreifen, hier auf der... Siehst du? Ey, der unterstößt mich dann... Ah! Jetzt ging es plötzlich dann irgendwie doch, dass ich ihn angreife. Was zum Henker, ey? So, aber du hast mir jetzt nichts mehr entgegenzusetzen. Denn ich habe eine Ladung für dich. Ah, und dann noch einen normalen Schlag. Naja, was soll's. Gut gelaufen. Habe ihn gekriegt. Und hier? Obwohl... Ich glaube, hier bin ich direkt mittig. Ah! Siehste? Geht doch. Aha! Ups! Das war nicht so klug. Naja, es steht noch. Alles gut. Nichts passiert. So, was sind wir denn da? Hier mache ich den. Das ist eine gute Frage. Ich würde es mal damit versuchen. Yep. Einmal frei. Nein! Bisschen vorher. Genau so. Sehr gut. So, von hier müsste das doch auch funktionieren, oder? So nicht. Ja, okay. Das funktioniert tatsächlich nicht. Ich mache es damit. Wo mache ich es damit? Dummi dumm. Ha! Das wird sogar zweimal. Hedgepedge. Kein mit einem schätzen. Haha. Meins. Mein Geld. Ui. Was ist das denn? Ich habe richtig gesehen. Was gibt es da? Da geht es nicht weiter. Äh. Warte mal. Wie mache ich das? Das mache ich doch so. Ey, weg da. Und dann am besten gleich wieder ausblenden. Nein, nein, nein. Uh, das war knapp. So. Dann. Komm mal her. Du Lumpf. Aha, wie gut. Ich bin hier unten voll in der Deckung und er kriegt mich nicht. Ha, 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 ha. Okay. Das ist ja ein riesiges Ding hier. Wow. Und ich schätze, das ist ja alles nur ein Nebenabschnitt. So, da dürfte wieder Essen drin sein. Das würde ich mir gerne... Nein. Ach. Aha. Okay. Ich bin jetzt also gerade die ganze Zeit hochgeklettert, aber wenn ich dann runterfalle, bin ich irgendwie tot. Oder wie? Okay. Komisch. Was soll's. Na gut. Lassen wir das mal so reingestellt. Ist weg. Ich denke, ich denke gerade die ganze Zeit, dass ich bei dem Laufwand oben bin. Aber das bin ich ja gar nicht. Deswegen habe ich mich ja ständig seitlich bewegt, um es auszugleichen. Was natürlich totaler Unsinn ist. Ach, der unten ist wieder da, der oben nicht. Okay. Ach, hier ist nur ein kleiner Seitenabschnitt. Ah, guck mal. Du gehst mal bitte weg. Ich mag ihn nämlich nicht. Na, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. So geht das. Das ist der Kopf wieder. Äh, was? Ah, gut. Yay. Geschafft. Ist der jetzt wieder hier, da oben? Nice. Das erklärt natürlich, warum es hier so komplex weitergeht. Das hier ist einfach der richtige Weg. Ach, die kann man auch kaputt machen. Und warte mal, ich kann ja auch hier in der Mitte hoch. Das habe ich gar nicht gesehen vorhin. Aber gut. Ab nach oben. Weg mit dir. So, nehme ich hier das Amulett? Oder fliegen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich nehme das Amulett. Ach, du Scheiße. Ah, Kistian. Hey. Ob im Dorf oder unterwegs. Ich habe die besten Angebote. Du wirst nicht glauben, was ich in der Kiste gefunden habe. Mal sehen. Ja, wie immer. Ein Expresszahnrad. Hindernisse überwinden und höhere Stellen erreichen. Ja, nehme ich. Einfach Hindernisse meistern und höhere Stellen erreichen. Einsteigen und festhalten. Da bin ich jetzt mal gespannt, was das kann. Ach so. Das fährt dann einfach interessant. Kann ich wieder von zwei machen? Nein, leider nur eins. Aber ich kann... Ah, genau. Keiner drauf, dass ich hier hochkomme. Und ich kann es wahrscheinlich benutzen. Aber warte mal. Geht mich dann doch das hier. Wah! Nein, nein, nein. Was tue ich? Verdammt. Ach, nö. Ah, das springt ja. Wie gemein. Wie gemein ist das denn? Damit habe ich voll nicht gerechnet. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, ey. Ah. Ach, egal. Ich habe es ja jetzt. Ich muss da jetzt nicht mehr links. Nur war ich gar nicht direkt rechts hoch. Tschüss. Hier kann ich mir gar nichts. Ach, nee. Warte mal. Hier rechts gibt es ja gar nichts, gell? Hier rechts war ja nur... Ja. Ich muss ja links hoch. So. Hier muss ich hin und dann rechts durch, glaube ich. Macht das Schaden bei Gegnern? Ja, tut es. Sehr gut. Komm her. Komm her. So, gefällst du mir. So, aber wenn ich jetzt schon mal da bin... Okay, das Mana kann ich holen. Nee, nee, nee. Alles andere. Weil es sieht ja schon so aus, als würde das Zahnrad da unten einfach rüberfahren und dich mitnehmen. Bis zum Ende. Bis zum Ende. Als müsste ich am Ende dann nur abspringen. Weißt du was? Ich probiere das jetzt aus. Und wenn es dann nicht so klappt, wie ich mir das denke, dann bin ich sauer auf die Entwicklung. Klappe. Jawohl. So, ein Expresszahnrad, bitte. Nein, so nicht. Na, wobei doch. Okay, alles gut. Hä? Was? Das ist so ungewohnt, weil ich nicht weiß, dass das tut. Ach, das hält dann sogar da unten an. Oh mein Gott, ist das gut. Gut, aber draufstehen und damit Gegner überfahren ist nicht. Das habe ich im Endeffekt aber festgestellt. Nein. Hey. Hey. Was soll das? Kann ich ja weiter? Nee. Gut, dann möchte ich jetzt bitte auf so ein Teil rauf. Genau. Könnt ihr bitte weggehen? Nein. Oh, wie gut, dass ich fliegen kann, ey. Wie gut, dass ich fliegen kann. Ey. Ich will hier angeln. Yay. Gold. Ach, und da oben sind wir mal 200. Nee, komm. Da gehe ich nur tot. Da würde ich nur sterben. Ach, das ist nur was, was. Was ist das denn? Hä? Ach, das sind so Rollen. Ah, verstehe. Ich sinke da nicht. Das soll darstellen, dass die Rolle sich langsam vorne, wenn ihr nach unten dreht. Okay. Ein Offenblatt. Geld. Ähm, wie war das? Ja, damit, ne? Wobei ich für alle Fälle... Genau. Für alle Fälle. Ich habe es gerade ausgewählt, ey. Ah, ich habe es gerade ausgewählt. Ich habe es gerade ausgewählt, mein Amulett. Okay, wie soll das dann bitte funktionieren? Ich werfe das nach hier und springe einfach hoch, oder wie? Ja, wahrscheinlich. Ach, da oben sind wir auch noch schlafen. Hui, das war knapp. So, und jetzt mache ich das aber auf die althergebrachte Art und Weise. Ach, das wäre schön. Ach, das wäre sogar billiger gewesen mit dem Zahnrad. Okay. Egal. Ich habe es geschafft. Ich bin wieder da. Und ich bin... ...lebendig. Und ich habe mein Geld wieder. Das Schöne ist ja, dass ich das Geld... Wow, was? Dass ich das Geld komplett wieder kriege, wenn ich es wieder einsammle. Holy Moly. Das hat mich gerade erschrocken. Ersteigt von mir auch immer. Wie heißt das denn? Erschrocken oder erschreckt? Komm her. Ach so. Warte mal. Haha. Äh. Nein. Nein. Hey. Das stimmt. Ich mag dich nicht da unten. Ich mag dich hier oben. Danke. Ich hoffe mal, ich bin jetzt hier nicht komplett aufgeschlossen. Sondern, dass ich auch damit hier weiterkomme. Das ist unphysikalisch. Warum bin ich plötzlich langsamer, wenn ich abspringe? Ich bin nach vorne abgesprungen. Das ist Unsinn. Physikspiel. Physik. Brauchst mehr Physik. Äh. Hm. Was ist das? Ja, komm her. Komm her. Komm her. Nein. Nicht so. Nicht so. So. Warte. Hier brauche ich so eins. Und eigentlich könnte ich ja auch versuchen, da rüber zu fliegen. Nein. Okay. Klappt mich. So. Zu euch. Ach so. Ihr sollt runter zu mir. Ah. Ach so. Hui. Darum geht es leider nicht weiter. Hier oben. Speicherpunkt. Yay. Okay. Da habe ich zwei von denen, ey. Aber gut. Ich kann hier speichern. Kann ich da unten rein? Nein. Leider nicht. Nun gut. Ich würde mal sagen. Die sind da oben relativ schutzlos meiner Feuermarie ausgeliefert. Siehst du? Und die Folge ist schon wieder 20 Minuten lang. Und deswegen bin ich jetzt hier. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. In diesem Raum wieder. Bis dahin. Und danke fürs Zuschauen. Tschüss.